Hallo zusammen, herzlich willkommen, Johannes Bierling hier. Nachdem die großen Aktienwerte aus dem Nestec 100 so gut in den letzten Monaten gelaufen sind, könnten wir tatsächlich vor einer größeren Rotation und Umschichtung im Aktienindex stehen. Und dabei sticht eine Aktie ganz besonders heraus, die Redis von der PayPal-Aktie. Und diesen Titel schauen wir uns heute ganz genau an. Es ist keine Anlageberatung und dieses Video ersetzt weder eigene Recherche noch professionelle und individuell angepasste Investmentkonsultationen. PayPal-Aktie baut sich langsam auf. Auch das technische Chartbild sieht super spannend aus, wie wir es gleich sehen werden. Mittlerweile dürften auch die größten Ängste der Aktionäre eingepreist sein. Das Potenzial für ein Comeback ist also definitiv vorhanden. Allerdings ist der Zahlungsdienstleister wirklich massiv von den Zinsentscheidungen in den USA abhängig. Geldpolitik, Zinsen, Inflation und Konsumverhalten hängen nun mal sehr eng zusammen und wirken sich definitiv auf das Geschäftsmodell von PayPal aus. Da ist also auf jeden Fall für Spannung gesorgt. Vor allem, weil wir in der kommenden Woche am 14. Juni vor dem nächsten Fettzinsentscheid stehen. Verblüffend sind auch die möglichen Parallelen der PayPal-Aktie mit der Meta-Aktie, die ja nach monatelangem Leiden ein fulminantes, v-förmiges Comeback abgeliefert hat und mittlerweile fast unglaubliche 200% vom tiefsten Punkt weg gestiegen ist. Und charttechnisch lassen sich diese beiden Aktien auf jeden Fall bis hierhin gut vergleichen und deswegen tun wir das jetzt auch an dieser Stelle. Meta auf der linken Seite, PayPal auf der rechten Seite und bei Meta ging es ebenfalls mit scharfem Abverkauf los, bevor man in mehr oder weniger kontrollierten weiteren Ausverkaufmodus im Zuge des Bärenmarktes übergegangen ist. Das ist dieser Abwärtstrendkanal und anschließend arbeitete die Aktie an der Bodenbildungsphase und sprang danach dynamisch nach oben ab. Und hierzu interessiert mich jetzt eure Meinung. Hat die PayPal-Aktie das Zeug dazu, ähnlich wie die Meta, nach oben dynamisch abzuspringen oder ist der Zahlungsdienstleister in einer länger andauernden Abwärtsspirale noch unterwegs? Schreibt mir eure Rückmeldungen unbedingt in die Kommentare. Ich bin auf eure Meinungen sehr gespannt. Auch Analysten halten die PayPal-Aktie für klar unterbewertet. Also es ist insgesamt mittlerweile viel Fantasie nach oben bei diesem Titel vorhanden und das ja auch teilweise gerechtfertigt. Wie viel Potenzial sehen wir uns gleich an. Doch vorher stellt sich noch eine ganz andere Frage. Wenn die PayPal-Aktie wirklich vor massivem Ausbruch nach oben steht, sind dann die jetzigen Kurse schon ein Kauf oder steht uns noch ein heftiger finaler Wisch nach unten bevor? Und für das letztgenannte Szenario könnten zumindest die folgenden zwei Grafiken sprechen. Finaler Ausverkauf bei der PayPal-Aktie zum Beispiel im Zuge der längst überfälligen marktübergreifenden Abkühlung an den Aktienmärkten. Denn wir sind mittlerweile im extremen Gier-Bereich angekommen. Das signalisiert uns hier zum Beispiel der Fear & Greed Barometer aus der USA, sprich Gier- und Angstbarometer. Und wenn wir solche extremen Gierwerte sehen, dann mag es die eine oder andere Ausnahme geben. Doch marktübergreifend sind wir derzeit definitiv nicht im günstigen Einkaufsmodus unterwegs. Das muss jedem bewusst sein. Und auch Smart Money vs. Dump Money spricht Zuversichtslevel der institutionellen Anleger des klugen Geldes gegen Kleinanleger gibt uns hier einen glasklaren Warnhinweis. Die Kleinanleger sind euphorisch, FOMO-Effekt pur, sprich Fear of Missing Out. Das heißt, Angst etwas zu verpassen ist so schmerzlich, da stürzen sich die Kleinanleger gierig auf die Aktien, während Smart Money höhere Cash-Quoten aufbaut und von der Zuversicht her eher vorsichtig bleiben. Und wenn wir solche Tendenzen sehen, so war es häufig genug in der Vergangenheit, dann könnten wir, zumindest kurzfristig gesehen, vor einem Knall stehen. Also gewisse Vorsicht ist hier definitiv angebracht. Und wenn euch diese Inhalte des Videos einen Mehrwert bieten, so unbedingt ihren Feedback hier hinterlassen und ihr Kommentar. Und abonnieren Sie natürlich diesen Kanal, damit Sie keine Inhalte mehr rund um das Thema Investment und Vermögensaufbau verpassen. Kommen wir nun zu dem technischen Bild der Aktien. Nach dem Crash weiterer Abwärtsdruck in diesem respektierten Trendkanal. Wir haben mittlerweile Kurse bei dem Titel, die sind niedriger als das Corona-Tief und haben in der Spitze seit dem Allzeithoch 80, sogar ein bisschen mehr wie 80 Prozent verloren. Es findet zwar jetzt eine Reaktion statt, doch für meinen Geschmack fällt es noch insgesamt eher mäßig und schlapp aus. Das gefällt mir persönlich noch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kann sich natürlich noch entwickeln, aber wenn man hier vom Szenario des finalen Washouts hier bei der Aktie ausgeht, zum Beispiel im Zuge einer Abkühlung marktübergreifenden Märkten, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dann könnten wir hier noch folgende Bewegungen bei der Aktie sehen. Dazu gehe ich jetzt hier näher ins Bild rein. Wir haben den Abwärtstrend hier, wir haben auch drei wichtige Kurslevels bei dem Titel, nämlich die 67, die 57 und dann final noch die 45 US-Dollar bei der Paypal-Aktie und die 57 US-Dollar haben wir noch nicht komplett abgeholt, sind aber in der Nähe. Ich stelle mir jedoch die Frage, ob die 57 US-Dollar als Unterstützung überhaupt ausreichen werden oder ob wir eine Etage tiefer abtauchen Richtung 45 US-Dollar. Im Übrigen ist dort also bei 45 US-Dollar eine seit dem Jahr 2017 offene Kurslücke vorhanden und wir wissen ja, wenn man in der Nähe einer nicht geschlossenen Kurslücke, also eines Gaps kommt, dann tendieren die Kursverläufe häufig dazu, den Gap auch schließen zu wollen, sprich die Marke auch tatsächlich zu berühren und das wäre eben bei den Kursen von ca. 45 US-Dollar der Fall. Spätestens dort erwarte ich massives Kaufinteresse und das könnte wirklich ein hervorragender Kaufzeitpunkt sein. Drunter will ich die Kurse von Paypal nicht sehen. Da muss man dann aufpassen, doch das halte ich aus jetziger Sicht für nicht so wahrscheinlich. Alternativ kann aber die Aktie jederzeit auch in der Nähe von 57 US-Dollar, also von den jetzigen Kursen in der Nähe den finalen Boden finden. Das kann schon passieren. Für langfristig orientierte Anleger bietet somit der jetzige Kurs, sofern man an Paypal glaubt, definitiv einen ersten vorsichtigen Einstieg, ehe man dann zum späteren Zeitpunkt noch weitere Tranchen in die Aktie investiert. Und wohin könnte die Aktie dann laufen, wenn sie mal den Boden gefunden hat und nach oben massiv dynamisch abprallt? Ich muss ehrlich sagen, dann sehe ich die Paypal durchaus in der Perspektive wieder bei dem alten Allzeithoch. Das wären dann eben die Kurse von etwa mehr als 300 US-Dollar. Und damit vom jetzigen Kurs aus werden es potenzielle Anstiege von deutlich mehr als 300%. Das war's für heute. Sofern euch dieses Video gefällt, liken, kommentieren und abonnieren natürlich nicht vergessen. Und sofern ihr einen Wunsch habt, welche Aktie wir demnächst analysieren sollten, schreiben sie es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis demnächst, euer Johannes Bärling.